So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. I wanna be the guy. Ja, das Mikro sollte jetzt nicht mehr so übersteuern, weil ich jetzt den Sound fick dich. Selbst mit Outer City aufnehme, fick dich. Hässlicher Stachel. Und ja, können wir jetzt ganz normal weiterspielen. La la la. La 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 la. Und hepp. Seit der letzten Wochen ist noch nicht allzu viel Zeit vergangen. Irgendwie ein, zwei Stunden. Ich bin immer noch leicht gereizt von dem da unten, wo ich jetzt nicht hin zurück möchte, weil ich sonst Schrei an Krämpfe... Schrei an Krämpfe, ja. Super, Schrei Krämpfe kriege. Aber naja. Mann. La la la. La la la. La la la. Gut. Zu früh nach vorne gegangen. Was mach ich? Ich muss erst mal warten. Und hepp. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Was muss man meiner Meinung nach auch mal irgendwann durchgespielt haben? Einfach. Und warum nicht direkt als erst irgendwie später? Man kann von sich nachher sagen, ich hab I wanna be the guy durchgespielt. Was irgendwie ziemlich komisch gekriegt. Ich hab ja auch schon in den Kommentaren gekriegt, dass ich hier eine Klinik eingewaist werde, wenn ich es durchspiele. Eingewaist. Ich hab's immer noch nicht überwunden mit dem Fassbild. Ich wette, da ist ne Hand. Ich wette es einfach. Ich schräfe jetzt mal. Ja. Ja. Ja, da kommen unsere Lieblingsfreunde wieder. Die Äpfel. Geh doch weg. Geh sterben. Gut, danke schön. Ah klar. Hä, warum sterbe ich hier? Kein Sinn. Na gut. Oh Gott. Ich muss also in dieser Spalte stehen bleiben. Erstmal den blöden Vogel wieder weg. Hässliche Äpfel. Ich hasse Äpfel und ich hasse Wiese. Vogel habe ich Fledermäuse. Ich habe keine Ahnung was es sein soll. Irgendwie passt ein Friedhof Fledermaus besser. Töööööööö- Döööööööööööööööö. Ah Renär, nee, 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 nee. Fickt euch, hässliche Äpfel. So Lala Lala Du bist dumm Lala Zu weit Lala Lala Zu weit Lala Gut, dann weiß ich auf jeden Fall, dass diese drei Äpfel noch blöder und teuflischer sind als diese Zacken da unten Weil diese Zacken weiß man wenigstens, dass man stirbt Ich hatte so Hoffnung Diese Äpfel machen die erst Hoffnung und dann kriegst du eine rein Hässlicher Zombie Hässlicher Zombie Boah, ohne diesen Save wäre das ja total ätzend Da 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 klar hier die hässlicher wie hässlicher äpfel 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 ist das nicht desinchron das wäre blöd das wäre blöd das wäre blöd sehr blöd ziemlich blöd 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 ähm der Apfel scheint verbackt zu sein wie soll ich da denn drauf kommen ist doch unmöglich na 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 ein und er m sie verpackt ne okay ja nein Okay, jetzt muss ich da rüberkommen, um zu sterben. Wenn dieser Apfel da jetzt gleich runterfällt und mich tötet, bin ich übel sauer. Dankeschön. Geh bloß weg, geh bloß weg. Geh bloß weg. Ey, ey, das ist nicht witzig, geh weg. Nein, nein. Oh man. Das ist doch nicht ehrlich. Naja, mit Vollmond weiter. Ey. Das ist schon irgendwie ein bisschen gemein. Nicht nur ein bisschen, das ist irgendwie ziemlich gemein. Noch ziemlich deprimierend. Vor allem dann noch wieder auf den Save-Knopf zu kommen. Wenn ich jetzt da hinten wenigstens gewesen wäre. Und ich schaff's nicht mehr. Warum denn noch? Du hast es ja erst einmal geschafft. Gut. So. 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 Danke. Bin ein hässlicher Arm. Zack. Zack. So, zack. Perfekt. Ich glaube gleich, wie aggressiv man das macht, wenn man das schon mal durch war. Ich bin die ganze Zeit nur die Musik am mit Trillern. Der Apfel da ist jetzt irgendwie durchgehend verbrannt. Hässliche Äpfel. Hässliche Äpfel. Hässliche Äpfel. Hässliche Äpfel. 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 Jetzt fällt er wieder runter. Das war doch klar. Das trägt einem so auf. Das glaubt ihr gar nicht. Na, 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 na. Okay, komm. Machen wir doch das da unten nochmal. Mal gucken, um das jetzt den Kriegen. War klar. Hätten wir es jetzt auch irgendwie zu schön gewesen. Wie ist Trill dann hier jetzt auch erst wieder seit 10 Minuten rum und kommen nicht weiter. Weiter, 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 weiter. Ich hasse es. Kann man die vielleicht wegkriegen, wenn man in die Mitte von denen reinspringt. Das werde ich jetzt mal versuchen. Ey, jetzt ist der wieder verpackt. Ja, sieht fast aus, als wenn man das könnte. Spawn-Zombie. So, weg. Weg, geh weg. 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 Ey, wenn der verpackt ist, geht das nicht. Ist das ätzend. Muss ich irgendwas Besonderes machen, damit der da runterfällt. Ey, kommt doch. Ey, konzentriert man sich voll auf diesen Apfel, man steht in Zombie hinter ihm. Das regt einer auf, das regt einer auf. Da la 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 la. Ich glaube, ich habe in dieser Folge noch gar nichts Sinnvolles gesagt. Ich hasse es. Und der Vogel ist noch schlimmer als der ganze Rest. Ich möchte doch nur gerne zum nächsten Entgegner kommen. Ja, das wäre super, irgendwie. Ja, dankeschön. Dankeschön, 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 dankeschön. Und jetzt voll durchziehen. Hässlich. Hässlicher Vogel. Moment, ich möchte zurück. Ich möchte zurück. Ich möchte zurück. Zack, zack, danke. Okay, und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. Natürlich. Warum denn auch? Warum sollte das denn auch funktionieren? Ich bin ziemlich leise, kann das sein? Na, na, na. Ich hoffe, die Tonspur wird nicht total verzerrt, das ist ja ziemlich ätzend. Und ich sollte aufpassen und nicht darauf gucken, wie laut die Tonspur ist. Hoffentlich. Safe. Safe. Fickt euch. Fickt euch. Fickt. Ey. Das ist doch, ganz ehrlich, ich find das gemein. Fallt um. Fallt um. Ich würde da gerne... Ja, töte mich. Warum denn noch nicht? Töte mich. Krap. Hässlicher. Scheißbaum. Gott. Das war klar. Ha, 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 ha. Ha, ha. Dachte er so, ich kann mich durch töten. Ne, nix ist. Ich will safen. Na gut, er nicht. Oh, es ist... Ich muss da wirklich runter. Hm. War klar. Oh, jetzt muss ich das Bonus-Item wiederholen. Weil ich ja gesagt hab, ich will die alle holen. Das ist total ätzend. Nix, ich geh da nicht runter. Nix. 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 Ach, wieso komm ich denn nicht mehr hoch? Kommt man dann nur einmal hoch? Was? Na gut! Matta ist... KAPA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A pela... religiously. Krähte đị SPIBE! 30 Sekunden geh ich. Nein, ich war doch oben. Komm ich jetzt doch nochmal hoch. Na gut, komm und... Okay, ganz ehrlich, ist mir egal. Ich hab keine Lust mehr. Vielleicht machen wir es in der nächsten Folge. Ich mach jetzt erstmal wieder einen kleinen Schnitt und bis zur nächsten Folge, Leute. Tschü!